Hallo und herzlich willkommen zu den V-Manns Talkers. Heute mit einer kurzen News und zwar zu Nico Rosberg und Gary Anderson, der sagt, dass Nico Rosberg einfach einen Tapetenwechsel braucht, nachdem mal wieder Rosberg zurückgesteckt hat und er einfach nicht der Rosberg war, der vorher sieben Rennen in Folge gewonnen hat. Das Problem ist einfach, dass Hamilton sowas immer wieder machen wird und dass Rosberg seit Belgien 2014 nun mal der Sinnenburg bei Mercedes ist und wenn er nicht zurückzieht, dann wird Hamilton ja nicht kritisiert. Das haben wir ja schon oft genug erlebt und Gary Anderson rät deswegen Nico Rosberg zu einem Tapetenwechsel. Außerdem kritisiert er die Strategie von Ferrari in Montreal, womit sie einfach einen Sieg verschenkt haben. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin sage ich erstmal ciao.